So, herzlich willkommen zum 59. Let's Play von Nino Koni, Fluch der Weißen Königin. Ja, und hier nähern wir uns ja Tchadar. Da hinten ist er. Auf seinem Thron. Ja, der brüllt aber gar nicht mehr lange. Haben wir auch den richtigen Zauberdorfen mal für ihn haben. Willkommen in der Nimmerburg. Willkommen in der Nimmerburg. Können denken, der ist voll alt. Aber er ist recht jung. Ja. Von dem Aussehen, der. Wegen diesem Stock meinst du, ja? Ja. Das soll aber sein Zauberstab sein, oder so. Ah, nicht so nah. Zeige, grüß, Thirme. Du bist stark geworden. Aber bist du stark genug, um mich zu besiegen? Darauf kannst du dich verlassen. Bestimmt weißt du bereits, wenn du mich zerstörst, wirst auch du aufhören zu existieren. Schließlich sind du und ich ein und dieselbe Person. Was hast du gesagt? Ja, ich denke, das war gut. Die Seele der Bewohner dieser Welt sind mit denen deiner verbunden, Junge. Lebe in dieser Welt und du lebst auch in der anderen. Doch solltest du hier sterben, dann wirst du auch in der anderen Welt zugrunde gehen. Die zwei Welten sind unter immer miteinander verbunden. Genau wie wir, mein Seelenverwandter. Nein, das ist das ernst? Nein, das kann nicht sein. Doch, das ist noch nicht alles, weil ich ewiges Leben erlangt habe. Wolltest du viele Mal in der anderen Welt. Du solltest mir dankbar sein. Nein. Aber ich bin... Ich verstehe. Jetzt wird mir alles klar. Du kannst dich an nichts davon erinnern. Diese ehemalige Weise hat sich entschieden, dich als normales Kind aufzuziehen. Nun wisse dies. Ich war es, der dir das Leben geschenkt hat. Die unergründliche Finsternis in mir benötigt ein geeignetes Gegend. Und jetzt sprich die Wahrheit. Willst du mich immer noch zerstören? Was sollst du das tun, Oliver? Naja, kann ich gegen ihn kämpfen, so viel ist sicher. Vielleicht sagt Shadda die Wahrheit. Aber so kann es einfach nicht weitergehen. Ich muss dem Ganzen ein Ende setzen. Und ich werde eure Hilfe brauchen. Ich will euch an meiner Seite haben. Du willst was? Aber Oliver, du meinst... Ja, treib schön, gib mal nicht so an. Du gibst ja... Du machst ja kaum was. Ich werde es noch einmal wiederholen. Wenn du mich zerstörst, ist das dein Ende. Bist du wirklich gegen mich kämpfen? Es ist mir egal. Wenn das so ist, lass mich dich in meiner Welt willkommen heißen. Das ist ein geiles Klapp. Der Vollstrecker. Vorher bist du kurz um ein Etium erleichtert. Wir brauchen jedes Etium, was wir kriegen können. Weil du was hast. Das mag man Schadda überhaupt nicht. Wintereinbruch. Au, ganz schön vorstieg. Man darf die Dinger nicht mal im Boden berühren. Dann hat man ein kleines Problem, ja? Böseböe. Lass mal die Katzen mal ein bisschen tanzen. Miau. Autsch. Die sind einfach erwendig da. Böseböe. Ist aber nicht so effektiv geniehen, der Sonnenklauch. Ja. Arbenstern. Das Gegenstück. Ja. Zu dem, was wir verwenden. Wow. Haua. Aus Kätzchen. Aus dem Weg hier. Ja, 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 ja. Verdamm ich, deine dunkle Manier hat ganz schön in sich. Aber die Lichtzauber, die du hast, sind auch nicht ohne. Zeig dir im Schuss mein mit Morgenstern. Was meinst du, was? Die ganze Zeit macht Kröpfchen. Äh. Aber du bist da auch. Es war ja. Er war ein bisschen Uflania. Oho, Quatsch. Es da bräuchte mal eine Heilung. Die ladet sich gleich sehr hoch. Ja. Glaubst du aber von Schnurri geht runter. Jetzt kriegst du den zu schmecken. Das wird ein Gnadenstoß sein. Und Klatsch. Wum. Shadar wurde besiegt. Berat. Aber ich glaube, ein Kampf kommt noch. Hm? Du hättest wissen müssen. Wir teilen also doch eine Seele. Doch. Die Finsternis ist tiefer verwortet, als du denkst. Viel, viel tiefer. Was hat er gezaubert? Es war verwandelt, dass ich. Was jetzt? Ah, ein Vertrauten. Ja. Boah. Ritter der Verdammnis. Dungster Dämon der Verzweiflung. Aber auch der mag ich es nicht. Ja. Ja, erstmal kann die Katze ein bisschen tanzen. Ui, naja. Geh nicht bei dir da. Ah, jetzt auch. Man kann da sein Schild zu holen. Aber er rönt nicht langsam. Er hat eine sehr geringe Treffgenauzeit. Ja, das hat er mal getroffen. Die Mechze. Warum hat er von sich durch? Uff, dieser Riesen-Stringer ist ganz schön heftig. Verflickst noch eins. Du musst versuchen, den Carpoyer zu treffen, damit er nicht ausholen kann. Aber wirklich die sehr geringe seine Treffgenauigkeit und der rührt sich kaum. Er steht einfach rum und lässt sich nicht lang. Ja. Warn. Hey. Die Ausgabe von Snowy geht down. Und das war die Mama schon gespart worden. Boah, Marge. Boah, der hat getriebe. 542, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. 642, das ist wirklich heftig. Einer Tag, der noch von der A. Ist Geschichte. Oder was? Ja. Zack. Ah, der hat uns nicht verlaut. Egal. Nicht so schlimm. Boah. Ja, ich glaube, das war sowieso nichts wertvolles. Ufff. Bumm. Du hast den Soldaten meiner Seele also bezwungen. Vereindruckend, aber wenn Verzweiflung das Herz verzehrt, entsteht daraus ein noch schrecklicher Ohr. Die Verzweiflung wird dich besiegen. Dich und alle anderen. Ich bin der Vollstreker, damit beauftragt, die Zerstörung dieser Welt herbeizuführen. Erfahre die Macht des dunklen Dschins. Ich glaube, es wird nur noch so ein Riesenvieh. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir müssen auch noch die weiße Königin besiegen. Ja. Dann, ja, es ist vorbei. Nicht wahr? Ja. Das ist riesig, das Fili. Aber so gut wie all, alle Formen von Shadar sind anfällig auf Licht. Auch er hier. Der dunkle Film. Das kann man als Hintergrundbild nehmen. Hat das mal keine 3 nehmen können? Höllenheat. Wo hat er gerade hingeschossen? Auch mit der Kätzchen. Die Form ist eigentlich die schlechtste Form. Und welche war die stärkste? Also er, er hat so. Oh, hey, 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 hey. Ich habe das Gefühl, dass gleich etwas Schlimmes passieren wird, Olli. Du hättest besser die Augen hoffen. gute gelegenheit das war mit der katze gute gelegenheit auch wenn die ausdauer noch nicht komplette ist ich habe hier schon mal eine mine Ja. Verzeihen kann man Bosse leider nicht. Ja, ich glaube, das hätte mir nicht geglaubt. Oh, das Ding ist weg. Aua! Ja. Ha, diesmal war er schneller. Nee, er war schneller, aber er hat daneben gekloppt. Ui, ich sage, hält dich mal. Hat sie gerade gemacht. Das ist aber trotzdem ein Ganttisch. Noch eine Eingangt. Zweifelskreise. Doch, Steini hat's erwischt. Wunders! Ja, so weit schlagen kann man wohl nicht. Wir können zwar nur noch Fernkampf machen, aber das reicht auch raus. Verzweiflung! Das war knapp daneben. Zum Glück. Ja. Teufelskreise. Noch was, noch was. Oh, Schuss. Watsch. Das war's. Das war's. Ja. Und fast alle in den Level. Ich glaube, in Oliver 2 waren sogar alle in Level. Also seien die drei Vertrauten als auch er. Ja. Ja. Habe ich also richtig gesehen. Ja. Zwei von Esther. Und einer von Sven. Na, hast du eigentlich genug, Schadda? Oder immer noch nicht? Hm? Das lässt sich irgendwie erstmal auf. Ja. Der magische Begleiter. Aber Oliver wird wiederbelebt. Ja, ja. Ja. Ja, du hast noch nicht genug, Schadda? Du hast noch nicht genug, Schadda? Hörst du, Lucius? Ja, nicht auf. Hör auf, bis ich Wolken brühe. Ich muss noch viel lernen. Ja. Ja, diese, 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 sind mit 2. Ja, diese, diese, sind mit 2. Die kleine Alice. Das ist, äh, für meinen Kollegen leider ein bisschen zu schnell, oder? Ja. Das ist nicht, warum ich Magik studierte. Das ist alles falsch. Die kleine Alice. Ja. Dürfte das sein, oder? Ja. Du musst weg von hier. Gäste, bitte lass mich jemanden zu retten. Ich bin Angst. Hier, mach das. Die kleine Alice zu sein. Die Menschen schütze dich, ich versuche. Jetzt musst du von mir weg. Ich versuche. Ich versuche. Danke dir. Gäste auf den scenen vor dir. Du wißt, was ich mich anwärte. Aber warum? Warum machst du das? Meine Stadt! Alle wohnen! Warum? Das ist dein Verzweig. Du hast keine Verschöpfung für den Schwenken. Du hast nicht versucht, die Schwenken zu verabschieden. Du hast die Schwenken geschehen. Wollt, du hast die Schwenken von der Schwenken weggelegt. Ich muss nicht sagen, dass sie eine Schwenken von der Schwenken verwendet ist. Ich muss nicht sagen, dass sie eine Schwenken von der Schwenken verwendet ist. Die Schwenken von der Schwenken? Du hast... du hast... du hast die Schwenken... Du hast das... Oh, keine Angst, wir werden sie bald wiederholfen. Verdammt sollst du sein. Da schau da. Ja. Nein, dieses Mädchen ist nicht tot. Ja. Dadurch wurde er böser. Und die Verzweiflung. Die Weiße Königin. Die Verstreckung. Damit beauftragt, zu zerstören, dieser Welt herbeizuführen. Ich taufe dich... ...den dunklen Dschinn. Wie entstanden ist eigentlich? Ja. Also war er nicht immer so fies? Ja. Wie wir da hinterher rückblendend gesehen haben. Ja. Was war das? Lucius? Er war so traurig. Du hast es auch gesehen, Junge? Du sollst mich nicht überraschen. Schließlich sind wir miteinander verbunden. Schadar! Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Hm? Vor langer Zeit gab es einen Mann, der betete. Er betete für ein Ende des Krieges. Und er betete um Macht. Dem Macht sein Ziel zu erreichen. Doch seine Gebete wurden nicht erhört. Der Mann wurde zur Verzweiflung getrieben. Seine Verzweiflung wurde zur Macht, nach der es ihn so sehr verlangte. Und da sieht man auch das richtige Gesicht. Von ihm. Und der dunkle Dschinn war gebrochen. Das war es also wirklich du? Es ist eine Erinnerung, die ich nicht aus meinem Gedächtnis löschen kann. Nein, Lucius. Wenn es das war, was du wirklich wolltest, wieso solltest du versuchen, die Welt zu zerstören? Weil es meine Aufgabe ist. Mein Schicksal. Ich bin der Vollstrecker. Der Vollstrecker? Was bedeutet das? Doch diese Aufgabe ist zu Ende. Ich muss diesen Ort verlassen. Aber das kannst du nicht. Was ist mit dem wahren du? Du musst meine Gründe nicht kennen. Wissen nur, dass ich gehen muss. Doch du bist dazu bestimmt, zu bleiben. Äh, was? Die Verbindung zwischen unseren Seelen. Sie muss getrennt werden. Wupp. Das kann der Überleben. Wie? Aber wir... Ich meine... Unsere Herzen. Das kannst du nicht. Sei du selbst, Oliver. Und nur du selbst. Jetzt hat er wirklich die Verbindung gekappt. Ja. Oliver! Ist er wirklich... Ist er wirklich verschwunden? Nein, 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 nein! Äh, er ist nicht wirklich verschwunden. Er taucht wieder auf. Ja, hier kann man wirklich sagen, er erscheint. Im wahrsten Sinne des Wortes erscheint Oliver wieder. Oliver! 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 Oh! Ist alles noch dran gemacht? Ist kein Traum, oder? Aber was ist mit Shadar? Er könnte immer noch hier sein. Nein! Das ist er nicht. Was? Shadar... Er ist weg. Was? Aber... Er wollte die Welt beschützen. Er könnte mich haben. Das ist wahr. Stimmt. Ich habe in Shadars Herz gesehen. Ich habe alles gesehen. Shadar... Nein! Ich meine, Lucius. Die Wahrheit ist... Die weiße Lündige. Der schrecklichste Zauber des dunklen Djinns wurde dem magischen Begleiter hinzugefügt. Abendstern. Du hast eine Seite mit dem Zauber Abendstern erhalten. Ich glaube, das ist auch sehr gut gegen die weiße Königin. Ich glaube, nämlich die ist Licht. Ja. Und so endet die Geschichte von jenem, der die Welt zerstören sollte. Es ist ein einsames Schicksal. Doch. Das war es immer schon. Ich war immer schon. Allein. Du bist nicht allein. Ellis! Und dein Sohn ist nicht mehr hier. Oder bist du gekommen, um mich zu verhöhnen? Hm? Hm? Nein. Ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen. Hm? Worüber willst du sprechen? Du weißt nichts. Ich weiß alles. Was? Ich reiste in die Zukunft. Ich sah eine Welt, die vor dir zur Rückscheute. Die Leute hatten immer noch Angst. Doch. Eins. Eines hat mich überrascht. Es war ein friedlicheres Zeitalter als jenes, aus dem ich kam. Es gab keinen Krieg. Das war es, was du wolltest. Du wolltest unsere Welt beschützen. Selbst nachdem du zum dunklen Gin bordest. Du? Wie kannst du es sagen? Du kennst mich nicht. Oh, und ob ich dich kenne? Du hast mich gerettet. Du hast mir das Leben gerettet. Und? Du hast mir das hier gegeben. Oh. Nein. Das kann ich sein. Du kannst es nicht sein. Dank dir habe ich viele Welten gesehen. Und ich habe viele glückliche Sorgenfreie Tage erlebt. Und jetzt habe ich dich wieder gefunden, mein Retter. Aber an jedem Tag. Sie haben dich gefangen. Ich konnte nichts. Da, jetzt ist er noch jünger. Wir wollen jetzt in die 10 aufhören. Du wolltest den Krieg ein Ende setzen. Also hast du alles zerstört. Selbst ein eigenes Land. Und seine Einwohner. Denn der Krieg war ihr Werk. Und so hast du mich befreit. Ich wollte... Ich weiß, was du wolltest. Ich weiß, was du voraktest. Deshalb habe ich versucht, dich aufzuhalten. Ich habe so lange gewartet. Und doch, was er mir nicht, ich, der den Frieden gebracht hat. Es war jener, der mich zerstört hat. Aber nicht mir war es bestimmt, dich zu besiegen. Sondern Oliver. Für das, was ich getan habe, gibt es keine Vergebung. Ich wusste es. Ich wusste, dass es falsch war. Doch die Verzweiflung hatte mich verzerrt. Ich konnte keinen anderen Weg einerkennen. Und dann... Die Weiße Königin. Du hast es gewusst? Nun ist es vorbei. Das ist es. Es ist endlich zu Ende. Vielen Dank. Ich danke dir dafür, dass du Oliver zu seiner Bestimmung geführt hast. Was hätte ich anders tun können? Unser Schicksal war miteinander verknüpft. Auch ihm muss ich hebewohl sagen. Wart ihr auf mich? Mein Retter. Ja. Das Video ist auf jeden Fall etwas länger. Ja. Definitiv. Weil hier jetzt noch eine Sequenz kommt. Ja. Aber ich werde die beiden E-Teams aber trotzdem nochmal holen. Häng lieber. Ach so. Ja. 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 Die Zauberhobe von Shadar und... Ja. Ja. Und die zwei E-Teams von den anderen beiden Boston. Ja. Die wird man im nächsten Video sagen, was das war. Esther! Sven! Sven! Tröppchen! Wo seid ihr? Oliver? Mama? Du bist so groß geworden, Oliver. Mama? Ich weiß, dass du jetzt allein zurückkommst. Du brauchst mich nicht mehr, um auf dich Acht zu geben. Mama! Tropf, tropf, Oliver. Das hast du wirklich gut gemacht, Liebling. Jetzt kriegt er die Muschel. Diesen Anhänger habe ich vor langer Zeit von jemandem bekommen. Ja, von Shadar. Ich weiß, du sollst ihn haben. Nein, jetzt nicht, Oliver. Alles wird gut. Ich bin so stolz auf dich, mein lieber Junge. Auf Wiedersehen. Danke. Mama. Oliver? Hey, Oli! Was machst du denn? Kleines Nikaschen geraten? Ihr seid alle hier? Wo sollten wir denn satt sein? Du bist plötzlich so groß geworden. Sie sind zusammengebrochen. Entschuldigung. Seht euch das mal an. Bei einem langen Schlaf erwacht. Das war mal die Nimmerbuki gewesen. Was wir hier jetzt sehen. Ja. Oh, in einer anderen Zeitzone war er jetzt die Muschel gekommen. Was ist nächstes? Let's go see what's going on in the world. Den werden sie in der Welt um. Only one way to find out. Haha, take over. Oh, I wanna go to the world. Viele hätten jetzt gedacht, dass das jetzt das komplette Finale ist. Nope. Es kommt noch der Kampf gegen die Weiße Königin. Ja und dann erst ist es vorbei. Ja und dann kann man noch den Gold Dungeon machen. Und den müssen wir aber nicht unbedingt mit den Let's Play nehmen. Ja, aber der ist so schwer zu kriegen. Deshalb nämlich. Vor allem. Da muss man in der Zodie Arsch und Dings so. Aber auch so eine Miss Quest. Man klingt. Schön und weg. Du hältst Alice Anhänger. Und das war die Geschichte des dunklen Dings. Ganz am Anfang wollte Shadar die Welt beschützen. Und am Ende wollte sein Traum wahr. Es ist vorbei, Lucius. Nicht wahr, Mama? Katzwuckel. Miau. Hermana, Hermana, look. Hermana, Hermana. Du hältst das große Haus an. Das Schloss. Was ist das? Da sprudelt Wasser heraus. Hübsche Lady. Gattelfräch. Und der Bärtiger. Die hübsche Lady und der Bärtiger. Vor allem nicht so viele Oberweite wie man das andere Mädchen. Ja. Heng Puff. Und der schnurrt vor sich an. Eure Miausität. Fällpfleger. Ja. König Tom. Fällpfleger nennst du das ja. Wie soll das denn sonst nennen? Hast du Tage lang mich zu frissen bekommen? Hahahaha. Oh, man muss sagen. König Monsband, sputet euch. Hinein. Wir machen das. Mit der Uhrwindflang. Hahahaha. Der erste Boss. Ja. Den wir hier besiegen mussten. Ah, der jünger schon wieder. Oh man, das ist ja voll geil. Wer die Maus? Ja. Die Windkraftanlager. genau wie da die kennen wir doch schon die können wir doch die bin da hinterherlaufen in das reisende ehepaar genau wo einer von denen ich glaube sehr häufig der mann wenn man gebrochenes herz hat ja und dann gibt es auch was gutes noch irgendwie wenn man alle maligen ja ja dann springen im brunnen platz auf der welt ist wieder zeit zum feiern da würde ich erst mal sagen bis hier aber speichern tue ich jetzt nicht weil ich muss noch zwei teams besorgen und deswegen sehen wir uns im nächsten let's player aber da habe ich die dritte gespeichert so bis zum nächsten mal und schuss